Herzlich Willkommen in New York und wir sind nach anderthalb Stunden endlich aus dem Flughafen JFK rausgekommen wegen der Kontrollen. Für 3000 Flugzeuge gab es irgendwie nur drei Schalter und die fragen irgendwie nach allem und wollen alles sehen, was man dabei hat. Nun, jetzt fahre ich los mit der U-Bahn Richtung Manhattan, Sachen abliefern und dann geht's los zum Apple Store. Gucken was da schon los ist, dann müssen wir auch schon bald schlafen, denn in der Nacht will ich ja vor dem Laden stehen, womöglich einer der ersten zu sein oder wahrscheinlich nur einer der ersten, die das Ding, das iPad haben. Ich melde mich nachher wieder. Ich weiß noch nicht wo, wie schnell das hier alles geht. Also bis nachher auf jeden Fall. Tschüss!